Im K1-Haupttunnel, ich möchte also denke ich, wie gesagt, vor allen Dingen in der Szene, meine Damen und Herren, das ist hier definitiv keine Reserve, sondern das ist ebenfalls ein ganz hochklassiger Kampf, Sie werden gleich sehen, Zwiebelkitzing und Romano Gomasco sind beides Kampfsportler von Salats. Kampfsportler von Salat Kampfsportler von Salat Kampfsportler von Salat Hei! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus für den Kämpfer in der Roten Ecke. Applaus einfach nur für Romano Romasco. Applaus 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 Meine Damen und Herren, und hier das offizielle Kampfrichter-Urteil, einstimmiger Sieger nach Punkten, der Kämpfer in der blauen Ecke, Steven Kritzling! Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.